Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Claudia Honhorwath. Diese Woche könnten die epidemiologischen Zahlen die höchsten Werte erreichen, teilte der Rektor der Semmelweis-Universität mit. Vela Merkeli sagte am Morgen im Radio Korshut, dementsprechend sei etwa drei Wochen lang noch keine bedeutende Verbesserung zu erwarten. Er rechnet damit, dass man Mitte Mai aufatmen könne. An der Semmelweis-Universität werden die Kapazitäten der Covid-Abteilung weiter erhöht. Vela Merkeli erklärte auch, dass es derzeit viele 40- bis 60-jährige Kranke gäbe. Immer mehr würden auf die Intensivstationen gelangen. Der Rektor betonte abermals, dass sich jeder mit dem ihnen angebotenen Impfstoff impfen lassen solle. Der erste Impfstoff, der einem angeboten wird, den sollte man annehmen. Denn ab dem Zeitpunkt der Eingabe wird dieser Impfstoff wirken und wird dagegen arbeiten, dass wir im Falle einer Infektion oder einem Kontakt eine solche Krankheit bekommen, die unglücklicherweise unberechenbar ist und im gegebenen Fall unser Leben kosten kann. Man darf nicht zögern, man darf nicht wegen vermeintlichen Vorteilen auf den einen oder anderen Impfstoff warten, weil dies keine nachweislichen Vorteile sind, sondern man muss sich die Impfung geben lassen, die einem angeboten wird, sagte der Rektor der Semmelweis-Universität. Die Epidemie weihte sich mit enormer Geschwindigkeit aus. Von Tag zu Tag gäbe es mehr Infizierte. Deshalb steht das Land unter enormem Druck, hauptsächlich das Gesundheitswesen, betonte die leitende Amtsärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Cecilia Müller hob hervor, die britische Virusmutation sei nicht nur ansteckender als die vorherige, sondern es würden auch jüngere Menschen daran erkranken, die innerhalb kurzer Zeit in kritische Zustände geraten würden. Cecilia Müller betonte, es sei außerordentlich wichtig, dass jetzt jeder die Schutzmaßnahmen einhalte. Sie ergänzte, dass die Impfbereitschaft innerhalb der Bevölkerung wachse. Laut den neuesten Daten haben sich 46,4 Prozent der Bevölkerung registriert. Dies ist der einzige Ausweg, denn wir sehen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit deshalb unter den Älteren bereits weniger Infektionen auftreten, weil sie bereits zu einem hohen Prozentsatz auch schon die zweite Schutzimpfung erhalten haben. Hätten Serbien und Ungarn keine Impfstoffe aus dem Osten gekauft, könnten mehrere Hunderttausend, ja sogar mehrere Millionen Serben und Ungarn weniger in Zukunft die Impfung bekommen, betonte Peter Siato in Belgrad, wo er mit seinem serbischen Kollegen verhandelte. Der Minister für Außenwirtschaft und auswärtige Angelegenheiten formulierte, man hätte so viele serbische und ungarische Leben retten können, wie viele Impfstoffe aus dem Osten beschafft worden seien und wie viele Impfungen bereits vergeben wurden. Er betonte, keines der Länder habe dem politischen Druck nachgegeben, denn sie hätten sich den Schutz des Lebens der Bürger zum Ziel gesetzt. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schalten Sie auch morgen wieder zur gleichen Zeit ein und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Masken zu tragen und passen Sie auf sich auf. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017